Ja, hallo Leute, Fairy Hardscoper hier, ein Member zumindest. Heute probieren wir was ganz Neues aus, nämlich spielen wir heute Northscore. Ein sehr gutes Spiel. Es hat sich rentiert, das zu spielen. Ich habe rein investiert Geld, sieht man hier. Ich habe Zeit rein investiert, sieht man glaube ich auch hier. Und ja, jetzt spielen wir mal ein Ründchen, oder? Und ja, jetzt spielen wir mal ein Ründchen. Gute Spur.